Honigbienen sind faszinierende Lebewesen. Sie zeigen eine unglaubliche Arbeitsmoral, produzieren zuckersüßen Sirup und haben eine komplexe Sozialstruktur. Darüber hinaus sind Bienen auch noch ausgezeichnete Mathematiker. Wissenschaftler behaupten, dass die winzigen Insekten Winkel berechnen können und die Erdkrümmung verstehen. Doch vor allem der wichtigste Teil im Leben der Bienen zeugt von ihrem mathematischen Genie. Der Bienenstock. Wie Menschen brauchen Bienen Nahrung und Unterkunft zum Überleben. Der Bienenstock ist nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihr Honiglager. Da der Bienenstock lebenswichtig ist, müssen die Bienen seine Architektur perfekt planen. Sieht man sich eine Bienenwabe genau an, fallen einem die eng aneinanderliegenden sechseckigen Zellen auf. Warum wählen die Honigbienen aus allen möglichen Formen gerade diese Struktur? Man muss wie eine Biene denken, um das zu verstehen. Bienen benötigen einen sicheren Lebensraum für das gesamte Volk. Zudem brauchen sie einen Ort, an dem ihr Nektar lagern und reifen kann, bis daraus Honig wird. Das bedeutet, dass der Platz sehr effizient genutzt werden muss. Eine gute Lösung sind kleine Vorratskammern oder Zellen, die gerade groß genug für eine Biene sind und die auch als Speicher für den Nektar dienen können. Die ganz eigenen Honigtöpfe der Bienen. Dann muss man entscheiden, woraus die Zellen gemacht werden sollen. Bienen haben keine Schnäbel oder Arme, um etwas aufzuheben, aber sie können Wachs erzeugen. Doch die Herstellung ist harte Arbeit. Um ein Teil Wachs zu erzeugen, müssen Bienen achtmal so viel Honig verzehren. Da wollen sie nichts vergeuden. Daher brauchen sie ein Bauwerk, das möglichst viel Honig lagern kann und möglichst wenig Wachs erfordert. Welche Form erlaubt das? Stell dir vor, Bienen müssten Architektur und Mathematik studieren. Sie fragen ihren Geometrieprofessor, mit welcher Form können wir möglichst viel Honig lagern und dabei möglichst wenig Wachs verbrauchen. Der Professor antwortet, am besten wäre ein Kreis. Die Bienen machen einen Versuch auf ihrem Testbauplatz und beginnen ihre Waben mit runden Zellen zu bauen. Nach einer Weile fällt einigen von ihnen ein Problem auf. Kleine Freiräume zwischen den Zellen. Sie denken, da passen wir nicht rein, das ist Platzverschwendung. Also versuchen sie es selbst und ignorieren den Vorschlag des Professors. Die Bienen planen den Aufbau des Bienenstocks nochmal neu. Eine schlägt Dreiecke vor. Wir könnten Dreiecke nehmen, die passen perfekt aneinander. Eine andere schlägt Quadrate vor. Dann meldet sich eine dritte Biene. Fünfecke funktionieren wohl nicht, aber Sechsecke gehen. Wir wollen möglichst wenig Wachs benutzen und möglichst viel Honig einlagern. Ja, ich glaube dafür sind Sechsecke gut. Warum? Die ähneln am meisten einem Kreis. Können wir uns da sicher sein? Die emsigen Architekten berechnen die Flächen der Dreiecke, Quadrate und Sechsecke und finden heraus, dass Sechsecke ihnen die meiste Lagerfläche bieten. Sie einigen sich auf die optimale Größe und gehen an die Arbeit. Die platzsparenden Waben, das heutige Markenzeichen der Bienen, ist vermutlich das Ergebnis von vielen Fehlversuchen im Laufe ihrer langen Evolution. Aber die Mühe hat sich gelohnt. Wirf einen Blick in einen Bienenstock, natürlich mit Schutzkleidung, und du siehst das Ergebnis. Eine wunderschöne, kompakte Honigwabe, auf die jeder Architekt stolz wäre. Unstillbarer Wissensdurst? Abonniere unseren Kanal und befriedige deine Neugier. Wissensdurst?